Junglünster, herzlich willkommen aus dem Design-Atelier bei Co-Planning. Ein neues Haustier mit Automatikfunktion geht von allein ab. Erst bei dem Zichnungschlüssel und das lässt sich absperren. Bei der Hand geht das Haustier per Knappdruck ab. Am besten kann man wieder abkommen und das ganz durch, wenn man keine freie Hand tut. Wow, die sind ja schon fertig. Moin, Madame Becker. Der Schlüssel war nicht geliebt. Merci. Heidi. Wow. Hey, Liddy. Hey, den Gehrer ist schon fertig. Ja, alles allein im Dach gepackt. Oh, ah ja, sind doch zufrieden. Hallo? Ich hoffe, du hast ein Schlüssel dabei, oder? Ja, und hast du welches durch das Fensterrand geklappt, oder? Oh, Liddy. Hey. Jetzt schmecken dir das nicht nötig. Tschüss. Tschüss. KOPLANIN 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 Wie?